Diese Anlage wurde von Herbst 1940 bis November 1943 gebaut. Es ist alles fertig im November 1943. Hier haben 1400 Leute gearbeitet. 650 waren Norwege, 350 waren Dänen und der Rest waren Deutsche. Aber es war ein Gemeinschaftsprojekt, mehr als weniger. Es ist zum ersten Mal als Batterie gefeuert in November 1943. Das ist der Anfang als Batterie. Die waren Test gefeuert vorher, aber zum ersten Mal als Batterie in 1943. Und das war die Siegerung der erste Sachen. Die zehn Jahre war die leiten Händler bei Heather Göttemiddeln. Das war die Siegerung des Dänen. Das war die Studiengüter, die Siegerung des Dänen ist eigentliche. Die Zuschauerung des Dänen sind zähmiert. Die vertreibung des Dänen, Die unterhalten wurden über 20 Jahre alt. Der war das Dänen war die Sitzung des Dänen. Das war das Dänen. Vielen Dank.